Hallo, ich bin die Andy vom Hero-Stash in Recklinghausen. Während des Lockdowns habt ihr folgende Möglichkeit, an unsere Sachen zu kommen. Ihr könnt bei uns bestellen und das vorab haltet ihr per E-Mail, per WhatsApp, per Telefon oder per Instagram mittlerweile auch. Telefonisch geht es innerhalb von den Zeiten 13 bis 17 Uhr, montags, dienstags, donnerstags und freitags. An diesen Tagen sind wir nämlich auch vor Ort, damit ihr eure Sachen bei uns abholen könnt. Das ist eine der Möglichkeiten, an die Sachen zu kommen. Wenn ihr das halt vorab bestellt habt, könnt ihr das zu diesen Zeiten bei uns am Laden direkt abholen. Aber wir besprechen nochmal eine individuelle Zeit, damit wir das halt abstimmen können, dass hier nicht so viele Leute gleichzeitig auftauchen. Ihr könnt das Ganze halt vorab bezahlen auf Rechnung. Dann kriegt ihr eine Rechnung für uns geschickt und bezahlt das per Paypal oder per Überweisung. Dann ist es wirklich nur noch die reine Abholung. Wenn ihr bar oder mit Karte bezahlen wollt, dann macht ihr das bei der Abholung selbst. Diese Möglichkeit besteht, vorzugsweise aber die andere, damit der Kontakt so gering wie möglich bleiben kann. Andere Möglichkeit ist der Lieferdienst. Einmal in der Woche fahre ich persönlich und liefere innerhalb von Recklinghausen und Herthen. Gegebenenfalls auch weiter, wenn es sich rentiert. Also wenn ich nicht für eine Lieferung, wer weiß wie fahren muss, bringe ich persönlich vorbei. Das Ganze kostet für Herthen und Recklinghausen einen Euro Liefergebühr. Und es wird halt auch terminlich abgestimmt. Dann die andere Möglichkeit ist halt der Versand. Wir schicken per DPD. Und da muss man jetzt natürlich vor Weihnachten gerade bedenken, dass das etwas länger sein kann im Moment alles mit dem Versand. Wir tun unser Bestes. Aber jetzt vor Weihnachten wird das vielleicht ein bisschen knapp. Der Versand kostet 3 Euro in der Regel. Also normalerweise ist es ein bisschen teurer. Ich teile mir die Kosten mit euch für den Versand von DPD. Und ja, auch da könnt ihr halt am besten, müsst ihr halt vorab bezahlen. Dann gibt es doch die Möglichkeit Gutscheine zu kaufen. Dafür habe ich jetzt halt entschieden, dass wir auch Gutschein-Codes versenden. Das heißt also, ihr bekommt einen, ihr möchtet einen Code gesendet und dann habt ihr den sofort. Und ihr könnt ihn halt auch jederzeit bei uns einlösen. Solltet ihr ihn direkt im Laden in Zukunft einlösen wollen, auch kein Problem. Der verfällt dadurch jetzt nicht. Das ist nicht nur eine reine Lockdown-Aktion dann. Wir haben außerdem noch die Aktion der Promopacks für Magic-Kunden. Also wer bei uns bisher Magic-Produkte gekauft hat, hat Promopacks dazu bekommen. Vorher war es so, dass man für 20 Euro ein Pack bekommen hat, für 50 Euro zwei Packs und ab 100 Euro ein Premium-Pack. Nun wollen wir das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Als Dankeschön für die Unterstützung im Lockdown. Ab 50 Euro gibt es jetzt ein normales Promopack und ein Premium-Pack dazu. Und ab 100 Euro gibt es jetzt zwei normale und ein Premium-Pack dazu. Also deutlich mehr als vorher. Und ich hoffe, es wird von den Leuten genutzt und zu schätzen gewusst, damit ihr auch schön fleißig bei uns bestellt. Ja, das sind erstmal so die wichtigsten Informationen. Wie gesagt, wir sind erreichbar. Kontaktiert uns auf jeglichen Wege. Unterstützt euren lokalen Handel, sei es wir, sei es andere. Wir alle tun unser Bestes, um unsere Ware noch an euch zu bringen. Seht davon ab, jetzt überall online zu bestellen. Es sei denn, es sind eure lokalen Händler, die das online anbieten. Damit wir auch nach dem Lockdown wieder für euch da sein können. Dankeschön.